Heute ist wieder so ein richtig geiles Wetter und ich stehe jetzt gerade hier vor dieser Stange, wo ich genau das hier schon mal gemacht habe. Und weil ich noch 24 Stunden Zeit habe, um dieses Wetter hier zu genießen, werde ich heute so ein Mikrobenabenteuer machen. Das wird so richtig geil sein. Ich werde zum See hinlaufen. Und guck mal, das hier, was an meinem Wagen dran hängt, und zwar dieser Bieröffner, der ist an einen Schlüsselanhänger gebunden. Und dieser Schlüsselanhänger, den stelle ich euch einmal ganz kurz vor. Der Schlüsselanhänger wird mit zwei Edelstahlringen mitgesendet. Sobald man die Ringe dran gemacht hat, kann man daran etwas anhängen. Es besteht aus leichtem Titan und in meinem Beispiel hänge ich einen Flaschenöffner an meinem großen Rucksack dran und finde es für diese Anwendung genial. Vor allem, weil der Schlüsselanhänger einen magnetischen Schnellverschluss hat, sodass ich den Flaschenöffner schnell und einfach abmachen und wieder dran machen kann. Und es lässt sich zu 360 Grad frei drehen, ohne sich zu federn. Im Shop läuft bis zum 18.8. ein August Zell. Mit dem Code NATURURIN10 könnt ihr 10% sparen. Link zu dem Schlüsselanhänger unten in der Beschreibung. Das ist ein geiles Feature. Genau, und das finde ich an diesem Schlüsselanhänger ganz geil. Man kann entweder das Bier direkt am Wagen öffnen oder... oder einfach rausnehmen und genau, und dann ein Bier öffnen. Das ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Gebrust! Ich mag gekühltes Bier. Ich bin die letzte Ziegenmilchsäurebakterie. Mit Schamhahn dran. In meinem Hirn sind ganz viele Mikroben. Daher Mikrobenabenteuer. Und weil das so klein ist... Ich habe gerade mein erstes Bierchen genüsslich ausgetrunken. Und ich werde jetzt ein weiteres Bierchen öffnen, weil ich möchte gleich ein paar Bierpaus nachholen. Genau. Und ich finde diesen Schlüsselanhänger, das finde ich total praktisch, dass man den ganz leicht einfach so rausziehen kann. Und den weitergeben. Und genau, und dann das Bierchen öffnen. Und dann völlig unkompliziert mit Magnet, das da dran stöpseln kann. Genau. Knicken und dann ist das wieder komplett fest. Das ist richtig geil. Also langsam fange ich das an zu lieben, dieses Update von meinem Wagen. Das finde ich richtig geil. Und auf! Gebrust! Ich liebe so ein D-3-Schäpperungswetter. Ich grüße Janaya. Ich grüße Meister August. Und ich grüße dich Stick-Andi. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen. Bier Power 1. Bier Power 2. Vielen Dank. Ich laufe jetzt weiter zu meinem Mikrobenabenteuer. Das wird so richtig geil sein. Guck mal. Guck mal hier. Da drüben sind ganz viele Kaninchen. Also da drüben, die hoppeln da so rum und so. Hier vorne ist so eine richtige Kaninchen-Plage. Man sieht sich das hier an allen Seiten, diese ganzen Kaninchen, die da rumhoppeln. Wir sind hier überall. Auf dem ganzen Deich verteilt. Aber die meisten rennen weg, wenn man irgendwie in der Nähe ist. So, ich bin jetzt gerade an meiner Stelle angekommen. Hier an diesen Mikrobenabenteuer-Stelle. Genau hier habe ich schon mal gepennt. Schon mehrmals gepennt, genau. Und genau hier an dieser Mikroben-Stelle werde ich heute schon wieder pennen. Als Mikroben-Abenteuer. Genau, das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt hier mal ein Shelter aufbauen. So, ich habe gerade mal ein Shelter aufgebaut. Und genau da drin werde ich heute schlafen. Und genau hier vorne ist mein Schlafplatz. Hier dieses schwarze ist mein Schlafsack und hier werde ich mich dann hinlegen. Und hier neben werde ich dann die ganzen anderen Sachen hin stapeln später. Also den Wagen und so. Genau, damit ich Aufsicht mit Augen habe. Weil hier in diesem Gebiet, hier kommen ganz viele Touristen und sowas vorbei. Oder keine Touristen, aber auf jeden Fall die Leute, die irgendwie aus Bremen oder Dreie oder Weihe, diese Umgebung sind, genau, die kommen hier, hier sind ganz viele davon, die hier so rumlaufen. Und deswegen bin ich nicht immer alleine. Und für den Fall, falls hier irgend so jemand mit idiotischem Hirn hier einkommen sollte und Scheißdinge machen möchte mit mir, dann kann er mich nicht heimlich bestehlen, sondern er muss mich unbedingt wach machen. Weil ich den Wagen und so weiter genau hinter mir hinstelle. Also da drüben. Cool, oder? Das ist mein Mikrobenabenteuer. Das wird richtig geil sein. Ich freue mich drauf. Mikrobenabenteuer sind geil. Ihr sollt auch mehr Mikrobenabenteuer machen. Weil das ist richtig geil. So langsam dunkle kommt. Ich habe hier meinen Schlafsack ausgepackt. Also das hier, dieses Graue hier, das ist mein Schlafsack für heute Nacht. Da drin werde ich jetzt schlafen heute. Ich werde jetzt meine Kopflampe, meine Hirnlampe ablegen. Genau, damit ich hier rumschlafen kann. Ungestört. Ich bin erwacht und die Übernachtung war entspannt. Wie immer, wie fast immer. Genau, das war voll cool gewesen, genau hier zu schlafen. Das ist ein richtig geiles Mikrobenabenteuer. Also so ein unspektakulärer Mikrobenabenteuer. Genau. So ein 24 Stunden Abenteuer. So, ich werde jetzt Koffein erstellen, weil ich habe richtig Bock auf Kaffee. Und guck mal, ich habe hier meine Lieblingskaffeepads bestellt. Das sind die besten Kaffeepads, die ich kenne. Ich verlinke euch das unten, weil die empfehle ich. Auf jeden Fall. Also das ist keine Werbung, aber die empfehle ich auf jeden Fall. Weil das sind meine Lieblingskaffeinpads. Ich werde zwei Stück reinmachen und das reicht. Und dann warten, bis das Durchfall farben wird. Das wird gleich so richtig geil sein, dieser Kaffee. Ich liebe diesen Kaffee. Koffein wird gleich so richtig geil sein. Da bin ich fest von überzeugt. Mein Koffein ist fertig, weil das blubbert hier rum. Das ist geil. Deswegen ist jetzt mein Koffein fertig. Oder beziehungsweise ich muss das ein bisschen ziehen lassen. Und dann ist das fertig. Ja, draußen... Das war Lastbahngeräusche, genau. Von der Autobahn, glaube ich. Draußen in der Natur, Koffein zu saufen, ist richtig geil. Vor allem so ein Koffein. Genau, den kann ich richtig empfehlen. So, das hier, das ist mein letztes Bier, was ich noch da habe. Ähm, den hier, den werde ich, ich werde den hier mit dem hier öffnen. Und das finde ich immer noch richtig geil, dass man das einfach so ganz leicht abnehmen kann, äh, zum Öffnen. Ich werde jetzt dieses letzte Bier, äh, genießen. Und dann werde ich die Sachen zusammenpacken und dann Richtung nächsten Dönerlad hinlaufen, weil ich habe richtig Bock auf Döner. Das wird ganz so richtig geil sein. Äh, geprost. Ich habe, ähm, hier, Entschuldigung für die Gesundheit. Das ist immer noch mal eine Outdoor-Salmbürste. Die sieht voll cool aus. Die hat diese Farbe, genau. So, meine Sachen sind vollständig eingepackt und, ähm, ich laufe jetzt zurück, nach Richtung Hause. Aber vorher erst mal zum Dönerladen, weil ich habe Bock auf Döner. Und dann gelaufen ich nach Hause. Genau, das mache ich jetzt. Das wird gleich so richtig geil sein, wenn ich endlich Döner esse. Guck mal, ich werde hier vorne an dem Flugzeug belästigt. Der macht diese Störgeräusche. Diese Flugobjekte sind richtige Belästiger. Die belästigen mich. Er ist voll laut. So, ich bin schon wieder hier an dieser Stelle hier angekommen, wo ich schon mal das hier gemacht habe. Genau, das habe ich euch schon gezeigt, aber Hauptsache, ich habe euch das noch mal gezeigt. Das ist die größte Hauptsache. Ich werde jetzt Döner kaufen gehen und dann sieht man sich gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Damit ihr mich gleich beim Döner essen sehen könnt. Wenn ich das aufesse, den Döner, das wird gleich richtig geil sein. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, wenn ihr mich anguckt beim Döner essen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe doch keinen Döner gekauft. Vor allem, mir ist aufgefallen, auf dem Weg her, ist mir dann auch eingefallen, dass ich noch so ein bisschen, hier, Reste essen von gestern habe. Also gestern Mittag, bevor ich losgelaufen bin, habe ich gegessen. Und genau, ich werde jetzt diesen Rest essen. Ich werde das jetzt öffnen. Ein Geschenk von Thomas Nirobisch. Viel Spaß beim Projekt, mein Bester. Auf reichlich Content. Von Thomas Nirobisch. Vielen besten Dank. Ich habe dieses hier, das ist ein urinfarbiger Paracord. Weil ich verkaufe Farbe-Urin-Merch. Das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt, auf Spreadshirt. Und ich habe mir dieses Paracord in die Liste reingepackt, aufgrund eines Survival-Projektes. Da wollte ich unbedingt so ein auffälliger Paracord haben, damit ich den nicht verliere oder so. Und ich habe mir im Nachhinein auch überlegt, stattdessen was anderes zu nehmen als Paracord. Und ich war auch tatsächlich kurz davor gewesen, diesen Paracord von der Liste zu schmeißen. Und den hier in einer anderen Farbe zu nehmen. Also in einer unauffälligeren Farbe, damit ich im Wald nicht so schnell gesehen werde. Aber gut, ich werde das trotzdem für ein paar Tab-Aufbau-Varianten verwenden. Und für noch sonstige Sachen, die man dieses Paracord hier nutzen kann. Und in diesem Paracord ist sogar ein Zunder und Angelschnur drin. Und von daher, Thomas, besten Dank für das Paracord. Das wird auf jeden Fall so richtig benutzt. Das wird sogar sehr bald benutzt. Genau. Ich würde wahrscheinlich daraus ein Tab-Aufbau-Varianten-Video abfilmen. Weil mir fehlt generell Paracord. Deswegen besten Dank. In diesem Video habe ich alleine unter einer ganz lauten Zugbrücke übernachtet. Weil die Übernachtung komisch war, solltet ihr euch das auch geben. Unbedingt.